Coppola Nur aus großen Katastrophen gehen große Kunstwerke hervor, hat Ozenwears einmal gesagt. Das Desaster um das Epos Apocalypse Now, den nach der Goth-Forbe, dem Paten vermutlich bedeutsamsten Film der Geschichte, begann im Grunde bereits damit, dass John Milius, der später mit Arnold Schwarzenegger Conan der Barbar drehen sollte, auf die Idee verfiel, die schon Ozenwears Jan Sete davor vergebens umgetrieben hatte. Er wollte Joseph Conrads Kurzroman Herz der Finsternis verfilmen. Und der gehalte Ozenwears als unverfilmbar. Joseph Conrads schrieb sich in Herz der Finsternis ein Trauma von der Seele. Das eines der größten Verbrechen der Menschheit in ihm auslöste, die Kolonisierung des Kongo-Beckens durch den belgischen König Leopold II., deren Zeuge Joseph Conrads 1890 ein Jahrzehnt vor der Niederschrift seines Romans Herz der Finsternis, also um 1900, geworden war. Leopold II. träumte von einem riesigen belgischen Kolonialreich und sicherte sich das Kongo-Territorium als Privatbesitzer ab und ernannte ihn zum Freistaat unter dem Vorwand Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden, Aufklärung und das Licht des Fortschritts in eine unter dem arabischen Sklavenhandel leidende Region zu bringen. In Wirklichkeit ging es dem belgischen König nur um den Export von Kautschuk und Elfenbein. Armeen von schwarzen Trägern wurden aus ihren Dörfern verschleppt und an den Helsen zusammengekettet, um Kautschuk und Elfenbein zur Verschiffung in den Hafen am Unterlauf des Kongo zu schaffen. Zwischen 1890 und 1910 kamen dabei 10 Millionen Afrikaner ums Leben. Was Joseph Conrad im Kongo zu sehen bekam, war darum auch der Urwald als ein riesiges Konzentrationslager. Sklavenköpfe schmückten die Pfosten der Agentenbüros und die Wege zwischen den Blumenbeeten und Conrad konnte selber trotzdem nicht ausschließen, dass er sich in dieser Welt des verewigten Ausnahmezustands auf Dauer nicht in eine ähnliche Bestie verwandeln würde, wie diese Agenten des Königs. Schwer erkrankt kehrte Joseph Conrad nach Europa zurück und erst in der Niederschrift des Romans »Herz der Finsternis« lösten sich die Versäuflungszustände und Albträume auf, die Conrad die folgenden Jahre hindurch quälten. Im »Herz der Finsternis« erzählt Conrids alter Ego Charles Marlow einer Zuhörerrunde auf einer Hochseejacht, wie er sich einst in Brüssel als Kapitän eines Dampfschiffs für die belgische Kongo-Kolonie bewarb, was sich bald zu einem Albtraum auswuchs. Auf der Reise zu Kurtz beobachtet er ein französisches Kriegsschiff, das vom Ozean aus völlig sinnlos in den Kontinent schießt. Ebenso hat Kurtz in seiner Allmacht über die Eingeborenen den Verstand verloren. Die Eingeborenen sind gezwungen, ihn wie ein Gott zu verehren, an Massakern, sexuellen Orgien und sadistischen Ritualen teilzunehmen und erschindet sie, bis sie zu schwarzen Schatten aus Krankheit und Hunger verwandelt sind. Seine Region ist eine Region des ewigen Sterbens. Von den aufgespießten Schäden seiner Opfer umgeben, ihre Augenhöhlen seinem Haus zugewandt, damit sie ihm noch in ihrem Tod ihre Referenz erweisen. Marlow diagnostiziert die Verfassung von Kurtz erschreckend knapp. Kurtz hat zu Marlow über seine Urwaldstation, den permanenten Ausnahmezustand verhängt. Er foltert um das Folterungswillen, er vernichtet um der Vernichtung willen, einfach weil er es kann und sich von niemandem zurechtfertigen hat. Er glaubt sich jenseits dessen gelangt, was wir das Gute und das Böse zu nennen gewohnt sind. Doch in diesem Jenseits von Gut und Böse findet er nichts. Nur schwarze Leere. Und aus seiner innersten Empfindung das Grauen vor ihr. The Horror. So entdeckt Marlow eine Notiz auf der letzten Seite von Kurtz' Berichting für die internationale Gesellschaft zur besichtlichen Förderung der Menschheit. Lautet, bringt die Bestien alle um. Soweit Conrids Roman. John Milius nun versässt die Geschichte in den Kontext des Vietnamkriegs. Aus dem Kongo wurde der Mekong, aus Charles Marlow wurde Captain Benjamin Willard, später gespielt von Morton Sheen, aus Kurtz Colonel Walter E. Kurtz, später gespielt von Marlon Brando, der sich aus abtrünnigen Marines und Eingeborenen eine Privatarmee geschaffen hat. Milius sah George Lucas als Regisseur vor, der jedoch abwinkte, weil er bereits mit Star Wars beschäftigt war. Nach dem monumentalen Oscar-Erfolg des Paten 2 übernahm Coppola 1975 das Projekt änderte das Drehbuch ab, entschied den Film auf den Philippinen zu drehen und das Desaster nahm, sondern laufend. Die Philippine hat sich als Location gewählt, weil sie ihrer Similarität mit dem Teren in Vietnam. Daher die US-Armee hat sich nicht mit einem Film über den Vietnamkrieg verfolgt, hat Francis ein Gespräch mit Philippinen Präsident Ferdinand Marcos gemacht. Die US-Armee weigerte sich zu kooperieren, weshalb Coppola Diktator Ferdinand Marcos bat, im Helikopter zur Verfügung zu stellen, die Marcos zugleich stündlich für den Einsatz gegen oppositionelle Abflugbereität. Ein Taifun zerstörte binnen weniger Stunden das gesamte Set. Aber wie es hätte Mars, der römische Gott des Krieges, so Coppola später, seine gelenkigen Hände im Spiel, häupten sich die Katastrophen noch. Bei einer wichtigen Szene zu Beginn des Films sollte Martin Sheen Benjamin Willards ganze Leere und Verzweiflung zeigen, bevor er den Auftrag erhält, Kurtz im Dschungel aufzuspüren. Sheen sollte einsam mit sich in einem Hotelzimmer verdeutlichen, dass er selber mit seiner Vergangenheit als Auftragskiller für den CIA und die US-Armee nicht klarkommt. Und zugleich, dass er die dunkle Seite von Kurtz in sich trägt. Und nach Coppolas legendärem Registil improvisierten Coppola und Sheen die Szene zusammen, wobei sich der damals kaum mehr als 30-jährige Sheen auf Coppolas Anraten hin schwer betrank und danach einen Herzinfarkt erlebt. Diese Szene ist eine der ersten von vielen, bei denen sich der Zuschauer wie der Willen identifiziert. In einer anderen heute ikonografischen Szene greift Captain Kilgore, alias Robert Duvall, mit Richard Wagners Wall-Kürenritt als Untermalung mit seiner Luftkavallerie einen Küstenstreifen an, um dort surfen zu können und nimmt Kurtz Größenwahn vorweg. Und es gibt viele Zuseher, die dabei eine Freude am Kriegverspürung, die Aufregung, den Spaß. Wie du das Satz? Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Kennt, was jeder Filmfan. Wird sich dabei aber eingestehen, dass er sich damit selber ein wenig schuldig macht. Aber ungestraft. Und das ist die Pointe, der bittere Witz dieser Szene, weil Coppola selber, im Geniestreich Sondergleichen, in dieser Szene als Fernsehjournalist erscheint. Eine andere Szene ist von Coppola ebenso moralisch gedacht, doch so gestaltet, dass der Zuschauer auf fasziniert Schreck zur Distanz bleiben kann. Die Schützengraben-Szene an der Do-Lung-Brücke. Ein Abbild der Szene bei Joseph Conrad, wo ein französisches Kriegsschiff in den afrikanischen Kontinenten einschießt. Die Scharfschützen wissen nicht einmal mehr, wer hier der Siawe ist und die Verantwortung trägt und wir bildern damit, worin wir uns in die Giengemeinsbefinden. Wir sehen eine Apokalypse zu. Krieg wird uns bewusst haben mit uns selbst zu tun. Kommt nicht von außen auf uns zu oder an uns heran. Und ihre einmalige Höhe erreicht diese Szenengalerie der Identifikation, als wir auf Marlon Brando treffen, auf Colonel Kurtz. Als es nicht mehr um die Apokalypse durch den Krieg geht, sondern um die Apokalypse in unserem Inneren, in jedem einzelnen von uns. Das ist der Ende, mein einzig Freund. Das Ende der Elaboration von uns. Das Ende der Alles, was steht. Das Ende der Elf, was das Ende deriage von uns. Das Ende der Huetzige von uns. Immediately extremst du ausger paradise bei uns und hunting. Das Ende der Herr dazu schwierig ist und die Weltwe dłung. Untertitelung des ZDF, 2020